ja hallo willkommen zurück immer noch in der IGA flucht ich schaue mich noch etwas hier in dem areal um ich vermute hinter der tür hinter mir ist der endbus da habe ich noch keinen großen bock drauf ja wie ihr seht ich bin die fresse voll gerade ich weiß dass hinter dieser band ein kann man noch von der seite ich weiß es nicht ah hier geht es rein habe ich das rätsel auch mal gelöst kam kleiner ich bin sicher ich habe hier noch einiges übersehen kann aber gar nicht mehr zurück es muss sein rückwärts gehen jetzt hat mich das spiel in der hinsicht noch nicht enttäuscht keine sacklassen ich habe jetzt schon meine stylischen shots gesehen sehr 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 stylisch alles wie geschiss ich bin mir noch ein zöger ich bin mir noch ein zöger was zeige ist das warum hängt da rote scheiße an der decke kann mir jetzt keiner beantworten ach das ist so ein sterbpunkt jetzt hat es glück gemacht ich habe voll respekt vor dem ding ja die decke das sagt er jetzt schlaumeier hier geht es zurück zum schreien dann ist da hinten wirklich der endboss muss so sein noch fünf von acht wasser war schwach geisterschutz plus 20 wenn ich frage was für ein element also ist der anfällig der nächste aber ich finde karte noch am besten wegen dem nahkampfangriff plus 5% das ist schon toll ich bleib bei meinem hündchen ja nochmal eins hoch 95.000 für die nächste stufe jetzt bin ich gerade 70 soweit wie ich sein soll ich rufe mal noch einen besucher dann gehe ich mal unten den weg wieder frei schnitze ja ja ich finde den richtigen weg wieder ja 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 ach die Falle schon wieder so könnte jetzt ein Besucher kommen, der ein bisschen hilft, ein bisschen unterstützt ich warte mal noch einen kurzen Augenblick das hilft ja alles nichts, kann ja schlecht jetzt ewig lang warten bis der ein aufkreuzt ein Frosch Schaman, machi omae odaまって koosu wakke nie kann Oh, hat der ne Reichweite. Autsch. Ja, der ist nicht schlecht. Oh, wenn der mich, dann leckt mich noch am Arsch. Der hat eine übelste Reichweite. Damit rechnet man so im ersten Augenblick gar nicht. Ich bin noch ein Opfer da von dem ganzen Rotz hier. Das ist der nächste Versuch. So lange, bis es passt. Bis ich den Weg außen nämlich kann. Aha, das war schon mal falsch. Hm. Das war's für heute. Ich will jetzt wirklich verdammt sein, es würde noch jemand aufkreuzen, auch wenn nicht, dass ich alleine gut genug bin für den Herrn. Zack. Der hat eine üble Reichweite. Ich sollte vielleicht versuchen, nach links auszuweichen, weil der hält die Waffe nach rechts. Aber viel HP hat er nämlich nicht. Kommt schon, Leute. Zu zweit geht's definitiv leichter. Ach. Warum geh ich immer zuerst den falschen Weg? Hey. Achtung! Awww Alter! Der macht nicht so platt, ey. Oh, jetzt komm, ey. Oh, jetzt komm, ey. Oh, jetzt komm, ey. Oh, jetzt komm, ey. Und ein neuer Versuch. Wie soll's auch anders sein? Und ein neuer Versuch. 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 Das war ein sehr, sehr harter Fight. Ich bin froh, dass er vorüber ist. 78 Leute. Nun ja. Für heute erstmal genug. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wie meine Reise weitergeht. In der nächsten Folge dann. Ciao.